Hier zeige ich euch ein Kokonatzimmer. Das geht dann auf zwei Etagen. Das sind genauso von der Ausstattung her wie die normalen Zimmer. Hier hat man dann das Bad. Superschön. Ganz toll. Und hier haben wir noch ein drittes Bett. Mit Treppe. Hier haben wir einen Balkon, wo man den Sonnenuntergang ganz toll genießen kann. Hier sehe ich die Sonne direkt vorne dran. Und hier oben ist dann nochmal ein Bett. Da kann man dann bis zu drei Kinder. Hier im Schrank. Und das hier ist der Hotelmanager. Und das hier ist der Hotelmanager. Hier sind drei Hotelmanager. Der Hotelmanager. Hier auf der Seite ist der Hotelmanager.